Ein Coach ist hier, nicht nur Coach, sondern auch Lehrer. Verkacken Sie es auf gar keinen Fall. Marvin Korn, er verlässt Wisconsin und trainiert Mädchen an so einer schicken Privatschule? Ich persönlich halte das alles für einen großen Fehler, aber ich mache selbstverständlich das Beste daraus. Holly Barrett, Assistenzcoach. Marvin Korn, hätten Sie einen Ratschlag? Eines Tages würden diese Mädchen die Welt an. In einer Reihe. Manche können auch mal schwierig sein. Tut mir leid, ist das ein Kaugummi? Das hier ist Westbrook. Die große Pasha-Nummer wird bei uns nicht ziehen. Es ist meine Aufgabe, euch besser zu machen. Ich bringe euch mein Basketballsystem bei, alle Grundlagen. Kleinere Schritte, schneller. Mein Ball! Ist die Pfeife wirklich notwendig? Ja, ist sie wirklich. Okay. Ich dachte mir schon, dass es hart wird, aber das ist völlig krank. Wenn wir alle einfach aufhören, dann feuern sie ihn. Ich glaube, dass er ein guter Mensch sein will. Als die sagten, dass sie kommen, das war der Hammer. Ich habe mich richtig gefreut. Nur eins interessiert mich, und zwar Basketball. Mein Dad will, dass ich in Stanford oder an der UCLA spiele. Ich will meinen Vater stolz machen. Ich habe euch spielen sehen. Und ich glaube aufrichtig, dass wir was Besonderes schaffen können. Wir fangen gerade erst an. Sie dringen zu den Mädchen durch. Machen Sie auf. Ich wollte nur Danke sagen, fürs Dasein. Wir tun dies nicht, weil es einfach ist. Uns beflügelt, dass es schwer ist. Lauf nach hinten! Lauf nach hinten! Wenn ihr alle euer Bestes gebt, habt ihr das Potenzial zur Spitze. Gewinnen wir ein Basketballspiel. Siren! Töbermanent! 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 Untertitelung des ZDF, 2020